Volles Haus und tolle Spiele. Das war der Kinderfasching in Eunhausen. Dass die Kinder Spaß hatten, war weder zu übersehen noch zu überhören. Wir haben heute und heuer ein Programm mit Schwerpunkt einen Roboter, der ein paar Teile verloren hat. Wir beamen durch die Galaxie, sammeln die Teile wieder ein und helfen diesen Roboter, wieder vollständig zu werden. Sind dann Ihr Kostüm schon an den Leibgen Schneider gewachsen? Ja, 15 Jahre hat das durchgehalten. Jetzt wird es schon langsam mürbe, aber wir werden es noch ein paar Jahre tragen. Ich bin alle Jahre der Oberkastverl und das wird auch so bleiben. Was bist du denn? Eine Spanierin. Und du? Ein Vampir. Ich bin Heidi. Ich hätte sie. Was gefällt dir am allerbesten am Pasch? Dass man sich bunt verkleiden kann. Und weil man da alle Freunde uns hier trifft. Geht einem da das Herz auf, weil man so viele bunte und fröhliche Kinder sieht. Na, freilich. Ich glaube, wenn man bald Großvater kein sein könnte, ist ja das schön, wenn man die Kinder so sieht, wie man sich gut unterhalten. Also es ist wirklich was sehr Vorragendes, was der Gläutnant da macht in Eunhausen. Herrlich ist das. Es geht das Herz auf und man erinnert sich ja immer selber, wie das war damals selbst als Kind. Und wenn wir nachdenken, man erinnert sich ja nicht immer an alles, was die Kinder betroffen hat, aber man erinnert sich blitzlichtartig immer an Momente, wo man selber mal verkleidet war auf Kinderfaschingsveranstaltungen. Und deswegen ist es so wichtig, diese paar Stunden, die die Kinderfreunde hier ganz speziell für die Kinder machen, die bleiben in Erinnerung ein Leben lang. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen, schönstes Programm. Danke an die Kinderfreunde. Danke dem Toni und seinem Team. Danke an die Sandra für alles. Wunderschön. Das beweist, dass Dresdkirch eine der, überhaupt die kinderfreundlichsten Stadt derzeit in Niederösterreich ist. Mit einem tollen Kindersystem, was Kindergärten, Papelstuben, Schüler hat und überhaupt die Kinderbetreuung. Da sind wir ja federführend, was die Spielplätze betrifft. Das schlägt sich natürlich auch nieder bei den Kinderbällen. Und da sind wir, dass die Menschen, wenn das Angebot wird, auch das Angebot annehmen. Und da ist die Stadtraskirchen mit dem Bürgermeister, mit der zuständigen Stadträtin und auch mit dem Ortsvorsteher sicher federführend. Da sind wir sehr stolz drauf. Es ist ganz toll, wenn man sieht, was sich da abspielt, wie viele da heute gekommen sind, um da das erste Faschingsfest unserer Saison zu feiern. Ganz, ganz toll und wirklich auch sehr schön den Kindern dabei zuzuschauen, wie sie sich da austoben können und mit ihren Freunden einige Zeit, auch einige Stunden verbringen können. Drei eigenen Kinder werden auch, oder ihr Sohn hat auch schon Spaß und ist untergetaucht. Ja, dem taugt das schon sehr. Die kleine Tochter kommt dann noch nach, die macht noch ihr Nickerchen. Aber mein Sohn ist da schon mitten im Getümmel und genießt das sichtlich, natürlich auch mal da Konfettis wild herumschießen zu können und sich richtig auszutoben.